meine lieben freunde bei facebook der urlaub ist vorbei ihr wisst was ich alles so gemacht habe mich erholt im tiger tempel jetzt komme ich natürlich zu diesem video mit dem flusspferd ihr wisst bei youtube ist ein video drin in afrika war ich da kam ein flusspferd aus dem wasser raus und ich habe es gestreichelt so und jetzt war ich natürlich in einem zoo irgendwo auf der welt ich will gar nicht den namen nennen weil es ja alles nicht erlaubt bin über die mauer gestiegen war fast nichts mehr los und in der dritten welt ist das alles ein bisschen anders und ich muss ja diese chance ich wollte das gar nicht machen diese chance wahrnehmen wenn plötzlich das richtige flusspferd da ist die richtige mauer der nächste der vorbei kam habe ich die kamera hand gedrückt der hat einfach drauf gedrückt der hat gedacht fotos machen ohne wirklichkeit hatte auf video eingestellt aber ich will euch diese einzel bilder bei facebook alle zeigen von dieser ganzen begegnung das mache ich aber ich habe eine bitte guckt euch bei youtube dieses kurze video an und da sind noch ein paar andere drin weil wegen den klicks weil wenn ich keine klicks habe bei youtube brauche ich das nicht machen es dreht ja alles um die klicks weil eines sages macht youtube mal richtig was für mich sonst machen die nichts also da musste schon ich habe jetzt so 120.000 klicks gott sei dank auch durch time to do da habt ihr ordentlich mit geholfen und geklickt und deswegen guckt euch die schönen bilder alle an ich mache die alle rein bei youtube euer klaus